willkommen zurück bei let's play donkey kong country wir sind immer bei aufgedankter ärger ja ich schwöre brechen ein bisschen die sich jedoch dies ist doch nicht so farse ich weiß nicht was er soll ich hab mal lust dazu ich mache jetzt auch über keine scan position warum soll ich da anfangen wo ich wenig leben habe wie soll ich darüber wie soll ich darüber kommen ist was ich leite jetzt meine meinen letzten zeit point da hatte ich nämlich sehr viele lebens nein laut game position genau hier hatte ich nämlich sehr viele leben gut also etwas mehr leben und ich bin nicht viel weiter gekommen deshalb mache ich lieber hier weiter ja ja man muss leben sparen leben lang leben sparen leben sparen und so weiter durch gewespt durchgesprungen entschuldigt eine feuchte aussprache das war wieder knapp na vom nord hier erwischen super und der bewegt sich nicht mit na toll ich hab's nicht gewinnen ich dachte ich könnte mich von dort hin springen aber nein da hatte ich mich getäuscht gut hier hatte ich als 40 leben damit auf eine todesmütige fahrt was kommt man jetzt da noch zu sagen warum dieser umweg wenn sie wissen sie wollen sie dem einem schiff ich glaube das was man am anfang gesehen hat ist da beim schiff ist glaube ich der das finale warum gehen sie nicht auf dem direkten weg dort hin und wann bist du nicht weiter gefahren warum du blödes teil anna toll in winter springt man denn neben oder zu früh oder zu spät das ist doch langsam tankt sich mein erger doch auf langsam aber sicher so aber das kann man hier zum zwischern den geiern auslassen an wespen leider nicht so jetzt und jetzt wird richtiges timing braucht man richtiges timing und ok neig weiter schieben weiter ok hui das war knapp dadadam ich glaub das ist in verschiedenen abständen ist nicht die geschwindigkeit tut einstellen wievieles sprits verliert sondern irgendwie die stelle wurde so eingestellt Oh an steck um... Oh Lichtes… Okay, jetzt probier ich mal was, wag... Also jetzt... weiter springen! Ouhh wash? Öh, öh... Öh, sssssssss... Was, wasfuck, wot had goddamit, was is happening here with me? I don't know why I'm speaking fricking Englisch – I don't know! ok wir sind deutsch also wieder deutsch sprechend also ich zumindest was ihr sprecht echt schon wieder warum bewegt sehr schön dass du uns auf dass du auf uns wart ist sehr schön man warum warum ich das hier nicht schneide warum ich euch all meine fehlschläge zeige ich bin kein typ der viel schneidet es wird alles gezeigt was passiert alles also artik sind so die werden natürlich im extra video zeit nicht im video selbst zum beispiel sowas okay gut diesmal also hier wird nichts geschnitten ich zeige alles was mit mir passiert los okay das ist wieder knappe sache knappe sache ich mag keine knappen sachen mag ich nicht nur das mag ich nicht was auch hier wieder die stelle die mit dem bienen okay da muss man schnell sein was mache ich denn was ganz ruhig bleiben das will dieser level erziehen dass ein ärger steigt und auftanken ich weiß nicht was ich tun soll ich weiß es nicht ich weiß es wirklich nicht der teil geht noch wunderbar nur da wo dann die drei bienen wespen wespen es sind wespen warum warum bist du da schon wieder es ist schön dass es auf einen wartet das ist ja in gewisser weise nett aber wenn es dann nicht sofort weiter geht ist das bescheiden 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 da geht es nicht okay jetzt gut den teil kriegen die doch hin locker die locker so den auch noch anschieben so anschieben so was hallo hallo das war knapp das war wirklich eine der knappsten sachen überhaupt die mir jetzt bisher passiert ist okay durch die wespe okay okay jetzt kommt die blöde sache es passiert ist es nicht weil ich draufstehe oder was was geht hier was was hier wo was 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 weil wir wo wie wo was drei wespen in so einer anordnung das ist doch lebensgefährlich für affen und anderes geht hier man das ist ja schlimmer als die ruckstuck die ruckzuck station viel schlimmer einfach ich glaube das ist wirklich der schlimmste level überhaupt in diesem spiel man darf ja sich kein fehlt erlauben oder eher viel sprung sonst passiert immer nur blödes wollte ich sprengen wollte okay weiter rein den reifen weiter rollen und eingesammelt gut hier abschließen und tank holen ok den tank treibstoff gut durch hier durch ich hast die stelle ich habe ich hatte 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 die stelle so wieder die schöne ich glaube in meinen 50 parts geht mich hier gar nicht so falsch mit meinen 50 parts wenn es werden sich ja doppelt so viel wie der funk gebraucht hat auf jeden fall da bin ich mir todsicher zu 100 konzert sicher welcher part ist ich glaube 38 39 der 39 ist es glaube ich schon und ich bin erst beim ersten level der letzten welt das ist nicht gut das ist nicht gut also jetzt reicht es mir ich mache wieder dann bei meinem safe point weiter da wo ich mehr leben habe vielen dank fürs zuschauen fürs anschalten oder dran dass ich tschubo tschüss und danke aufgetankter ärger oh ich bin sauer ich bin sauer ich bin sauer